Hey Sportsfreunde, hier sind eure Sports Buddies, mal heute ohne meinen Bruder, denn er ist gerade noch unterwegs. Aber ich muss dieses Video fertig bekommen, denn es gibt eine Deadline, die ich einhalten muss, mit Kollegen aus der ersten Mannschaft. Dieses Video ist quasi, ja, äh, wie soll ich das beschreiben? Das ist quasi ein Aufruf an euch da draußen, dieses Video zu teilen. Wirklich, Leute, ihr müsst dieses Video teilen, denn das ist was Gutes. Wir in Bruchpehl, also meinem Verein, wo ich auch tätig bin, im Vorstand bin, brauchen einfach eure Unterstützung, denn ich habe das schon oft erwähnt, auch in den Videos, wir machen halt viele Sachen Eigenregie, auch wenn es jetzt die Jugendmannschaften sind, wenn es die erste Mannschaft ist, wenn es der Vorstand ist, wir machen echt so viele Sachen selber, Platzbewässerung, Platzpflege, alles drumherum, ja, und wir sind gerade dabei, Spenden zu sammeln, unser Projekt in Gang zu bringen, denn wir wollen Kunstrasen haben. Wir haben bei uns am Rasenplatz seit Jahren gar kein Flutlicht mehr, weil es da irgendwie Probleme gab, ja. Das heißt, wir müssen sogar im Winter ausweichen auf die anderen Plätze in den anderen Dörfern. Und um das nicht mehr zu müssen, brauchen wir einfach da Unterstützung und haben dieses Projekt ins Leben gerufen, wo ihr dann alle Informationen dazu in dem Video findet. Mich würde es freuen, wenn ihr dieses Video einfach nur teilt, Leute. Das würde uns schon immens reichen, wenn ihr alles teilt, auf Social Media oder jetzt dieses Video allgemein. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe die Bruchspielseite verlinkt, die Facebookseite von Bruch, meine und Twitter und so. Und dann drückt einfach auf Teilen, 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 damit das ganz viele Leute mitbekommen und damit wir unseren, ja, Wunsch vom Kunstrasen in der nächsten Zeit bewerkstelligen können. Ich bedanke mich schon mal im Voraus bei allen da draußen, die geteilt haben und natürlich bei euch allen, die das Video geschaut haben. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Gönnt euch das Video und teilt es. Der SC Bruchspiel, ein Verein mit Ecken und Kanten oder einem Sporplatz mit Löchern und Hügeln. Hier packt man noch mit an, ob Vorstand oder Spieler, wie hier beim Schläuche wegziehen. Oder beim Bewässern des Platzes. Hier wird noch selbst Hand angelegt. Vom Markieren Bis zum Rasen nähen Doch das zeichnet uns aus. Wir sind kein Verein, wir sind eine Familie. Doch was ist eine Familie ohne Licht im Haus? Hätten wir mal ein Licht hier, ey. So flutlich, das wär schon geil. Hol mal die Autos. Ja, wir können Autos aufstellen. Oder die Traktoren, die können auch Licht machen. Hallo liebe Zuschauer. Ihr habt gesehen, wie viel Arbeit wir in unserem Platz checken, was es uns an Zeit kostet und vor allen Dingen, was es uns an Aufwand bringt. Zusätzlich, und das habt ihr auch in unserem Video gesehen, gibt es bei uns kein Flugdicht. Das heißt, es ist verdammt schwierig in den Wintermonaten und auch schon zu Beginn des Winters, hier überhaupt trainieren zu können. Wir sind auf unsere Plätze angewiesen. Das ist für uns immer ein Nachteil. Jetzt seid ihr an der Reihe. Wir haben unsere Sponsorentagel hier. Es gibt bereits einige Sponsoren, einige Spender, die uns hier schon unterstützt haben. Und jetzt seid ihr gefragt. Helfen uns, unterstützen uns mit eurem Namen. Erwerbt ein Feld. Und helft uns damit, unserem Traum von unserem eigenen Kunstrat und Platz zusammen mit Ludwig ein Stückchen näher zu kommen. Vielen Dank.